Hallo, ich begrüße Sie hier zu meiner Premiere. Es geht um einen akustischen Lückentest oder Lückentext, kann man auch sagen. Hintergrund ist, dass bei mir im Kasseler Büro im Obergeschoss ein chinesischer Student wohnt, der sich auf Sprachprüfungen vorbereiten muss, die er bestehen muss, damit er hier in Deutschland studieren kann. Dabei, beim Gespräch, fiel mir so einiges ein. Zum Beispiel, dass ich den Lebenslauf nehmen könnte, meinen Lebenslauf, um damit einen Lückentext zu gestalten. Das heißt, es werden einige Worte dann ausgeblendet, die hören Sie nicht. Die muss man sich denken und dann kann man an passender Stelle die Liste anschauen, wo die fehlenden Worte stehen. Und die kann man dann über Buchstaben, Zahlen, Kombinationen zuordnen. Wie will ich mich hier jetzt zunächst präsentieren? Mit meinem Lebenslauf, habe ich ja schon gesagt. Ich bin 1954 geboren. Das war ein denkwürdiges Jahr. Da bin nicht nur ich geboren. Da wurde Deutschland zum ersten Mal Fußballweltmeister. Da ist auch die Bundeskanzlerin geboren, die auch Physikerin ist, aber auch nicht mehr in ihrem Beruf arbeitet. Ich habe 1979 geheiratet. Ich habe drei erwachsene Kinder. Konfession ist evangelisch. Nach dem Physikstudium, was ich 1982 mit dem Diplom abgeschlossen habe, da habe ich im Vertrieb bei Apple gearbeitet, in Göttingen bei einem der Vertragshändler. Und dort habe ich also auch schon angefangen, Schulungen durchzuführen. Das war damals schon so, dass die Computer immer preiswerter wurden oder billiger, je nachdem, wie man das jetzt sagen möchte. Und da habe ich gesehen, dass man mit Schulung und Beratung mehr Geld verdienen kann als mit dem Verkauf. Und so habe ich mich 1987 selbstständig gemacht. Mit kurzen Unterbrechungen bin ich das auch heute noch. Wobei mittlerweile bin ich also auch Geschäftsführer eines kleinen Unternehmens, was sich hier mit der Produktion von Lernmaterialien beschäftigt. Ja, das so im Großen und Ganzen. Da, wo ich noch darauf hinweisen möchte, wenn Sie mehr über mich und mein Projekt mit dem chinesischen Studenten Yuan Chu erfahren möchten, dann schauen Sie auf der Webseite talking.bluepages.de oder auf bluepages.moodlecloud.com nach. Dort finden Sie das, was der junge chinesische Student und ich zum Thema Medienkompetenz und Mediendidaktik erprobt haben, mit dem Ziel, dass er demnächst seine DSH-Prüfung besteht und mit seinem Studium in Deutschland endlich beginnen kann. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Untertitelung. BR 2018